Ich lerne Deutsch. Nummer 14.324 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auch heute habe ich wieder viel Geld für den Kauf von Kleidung ausgegeben. Auch heute habe ich wieder viel Geld für den Kauf von Kleidung ausgegeben. Auch heute habe ich wieder viel Geld für den Kauf von Kleidung ausgegeben. Ich merke, dass ich in Stresssituationen nicht besonders belastbar bin. Wie kann ich das ändern? Ich merke, dass ich in Stresssituationen nicht besonders belastbar bin. Ich merke, dass ich in Stresssituationen nicht besonders belastbar bin. Das Wort hilfreich wird verwendet, um etwas zu beschreiben, das nützlich, unterstützend oder vorteilhaft in einer bestimmten Situation ist. Das Wort hilfreich wird verwendet, um etwas zu beschreiben, das nützlich, unterstützend oder vorteilhaft in einer bestimmten Situation ist. Als Fotomodell ist es wichtig, sich vor der Kamera wohlzufühlen und authentisch zu wirken. Künstlerische Kompetenz kann durch Übung und Hingabe entwickelt werden. Künstlerische Kompetenz kann durch Übung und Hingabe entwickelt werden. Ich habe beim Klettern nicht alles ausprobiert. Manchmal versagten Mut, Verstand und Muskeln. Ich habe beim Klettern nicht alles ausprobiert. Manchmal versagten Mut, Verstand und Muskeln. Ich habe beim Klettern nicht alles ausprobiert. Manchmal versagten Mut, Verstand und Muskeln. Unsere kleine Tochter lässt sich gerne fotografieren, aber nie ohne ihre Stoffkatze. Unsere kleine Tochter lässt sich gerne fotografieren, aber nie ohne ihre Stoffkatze. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und ich habe beim Klettern nicht alles ausprobiert. Ich habe die Nachricht hier. Manchmal versagte die responsibilities zu wehren. Ich habe die Nachricht mit meinem Klettern in die Behandlung eingestellt. Vielen Dank.